Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem Cäsars de Bello Gallico, erstes Buch, siebtes Kapitel, vorstrukturiert. Ich möchte heute einmal in aller Kürze, ja hier noch zwei Hinweise, die vielleicht ganz wichtig sind, ich möchte heute in aller Kürze das vormachen, was ich in den letzten Videos vorgestellt habe, und zwar 1.7, wenn man das vorgesetzt kriegt, sieht das so aus. Und jetzt mache ich einmal in Schnelle vor, wie das aussieht, wenn man eine kolometrische Schreibweise gemacht hat, die Verben am Ende markiert hat, die Nebensätze eingerückt hat und die Präpositionen als Block abgerückt hat. Also, wir fangen mal an, ich mache das Zeile für Zeile, ihr seht hier Cäsaricum id Nuntiantum, Nuntiatum heißt das Gerät. Dieses Cum kann eine Präposition sein mit einem Applativ, manchmal ist es am Satzanfang nachgestellt, und dann leitet es einen Nebensatz ein, so wie hier. Das heißt also, wir haben hier einen Nebensatz, den mache ich jetzt mal kleiner, weil ich den einrücken muss. So, 1, 2, 3, 4, 5. Verb am Ende. Ihr seht hier, ita, facere, conari. Mache ich in Rot. Dann haben wir Blöcke mit Präpositionen per provinciam nostrum. So, das war der erste Satz. Zweite Zeile. Und wir wollen continue. Das ist jetzt etwas länger. Das macht überhaupt nichts. Das kann ich ja hier am Computer relativ schön bearbeiten. Immer noch nicht. Ja, jetzt mache ich da mal, ich rücke das mal eben ein. Und dann haben wir hier Aburbe eingerückt. Nebensatz ist es nicht. Und dann gucken wir hinten, ob da ein Verb steht. Und ihr seht, hinten haben wir per venet. Und bei längeren Sätzen, das nehmen wir jetzt einmal gleich mit, hatte ich ja gesagt, wenn das durch add, das kann manchmal durch add zerlegt werden, aber dann braucht man rechts und links, je nachdem wo das add steht, braucht man nochmal ein Verb. Ab rechts haben wir da vorne einen schon und ihr seht, links steht auch ein Verb, contented. Und dann können wir das auch einrücken. Und dieses add, haben wir einmal das add contented. Add add genavam, bitte um Entschuldigung. Und dann haben wir hier sofort noch einen Block. Add genavam. Ja, den, eigentlich hatte ich ja gemacht, einen Eigennamen müsste ich auch noch, ja. Dann haben wir hier noch, in Galliam ulteriorem. Ihr seht, so. Das ist schon das nächste. Dann machen wir das nächste. Provinkie, Toti, ihr seht, hier fängt kein Nebensatz an. Also gucken wir, hier ist eine Parenthese. Das würde ich, Parenthesen würde ich prinzipiell immer einrücken, also prinzipiell immer als extra Zeile schreiben. Hier haben wir erstmal gar nichts. Präpositionen sehe ich nicht und nur am Ende des, wie heißt das, am Ende der Zeile, so ein Imperat, also so ein Verb. Dann haben wir in der nächsten Zeile, da haben wir in Gallia eine Präposition. In Gallia, und da guckt man immer, ob man zwei oder drei. Hier haben wir in Gallia ulteriore. Und dann haben wir hinten kein Verb, deshalb guckt man auch mal. Und das ist natürlich hier vorne besonders stark betont, haben wir gleich sofort noch eine, wie heißt das, so eine Stilfigur mitgenommen. Dann haben wir im nächsten, wieder kein Nebensatz, Ponte im Komma, aber qui. Da brauchen wir ein Verb, das steht hier. Dann haben wir ad genavam, Präposition. Dann haben wir jubet, das fängt jetzt offenbar, weil der Nebensatz hat ja ein Verb, also kann ich wieder vorne. jubet, reskindi, jubet, reskindi, ja, jubet, ich mache jetzt reskindi, das ist eine ND-Form, die lassen wir einfach so stehen. Grammatik, schwierige Grammatik habe ich ja noch nicht gemacht. So, ubi, 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 ubi als, ein Nebensatz. Dann haben wir d, und zwar d, eius, das d mit dem Genitiv steht, haben wir noch niemals gehört, also muss das ein Genitiv-Attribut sein, adventu, mit dem Applativ. Dann haben wir helveti und dann kertioris factisund, jetzt kann man natürlich auch kertioris factisund nehmen, lasse ich nicht. Wir gucken, ist das ein Nebensatz, legatus ad eum, nein, legatus, aber wir haben eine Präposition. Und wenn man das Verb jetzt direkt in der Mitte stehen sieht, oder in der Mitte, dann markiert man das sofort. Ihr seht, dann haben wir es nämlich gefunden, hinten nobilissimus, kivitatis. Kuius, dessen, 1, 2, 3, 4, 5, legatus, nebant, kuius, nebant. Ich sage nochmal, beim Nebensatz immer wichtig, muss hinten ein Verb stehen, sonst wird es schwierig. Qui. Ihr seht, dass der, da muss ich was zu sagen, der Kuius-Nebensatz ist beendet, weil das Opti-Nebant hinten steht. Würde das Opti-Nebant nicht hinten stehen, müsste ich jetzt den Qui-Satz, den ich als Nebensatz erstmal identifiziere, doppelt einrücken. Aber ich kann das jetzt einfach machen, 1, 2, 3, 4, 5. Qui, dickeren. Ihr seht, da stolpert man jetzt sofort drüber. Und dann gucke ich hinten nochmal, ihr seht hier, Fackere. Und dann hier, Per Provincium. Das kann ich jetzt nicht so schön einrücken, sonst springt mir das rüber. Vielleicht doch nicht. Ihr fragt jetzt vielleicht, ob man das hier nicht noch verwerten könnte. Das ist ein Infinitiv. Das wäre dann Grammatik. Also Grammatik daraus zu finden, ist eine schwierige Kiste. Das verschiebe ich noch ein bisschen. Ich habe ja Zeit, die Kapitel sind viele. Da kann ich jetzt erstmal das, was ich gemacht habe, überlegen. Okay. Propteria Quad. Deswegen, weil, ein, jetzt habe ich was gemacht. Jetzt geht das nicht mehr. So, jetzt müsste ich das eigentlich. Bitte um Entschuldigung. Manchmal, ähm, geht das nicht. Nee. 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 Es tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen... Propteria Quad. Ihr seht, hier hinten steht Nullum und habierend ist jetzt das Verb. So machen wir weiter. Jetzt habe ich irgendwie den Text durcheinander gebracht. Ich muss mal eben gucken. Ich bin bei dem Propteria Quad, ja. Nee, das geht doch mit dem Rogare Komma. Genau. Da war ich jetzt völlig verwert. Okay, okay. Jetzt steht hier Rogare Komma. Da kommt erstmal ein Verb und dann kommt ein Nebensatz. Und, ein, zwei, drei, vier, fünf. Und wir nehmen mal das Verb. Das hier ganz alleine steht, eine relativ schrille Kiste. Und, Eius, Volentate, Zivifakere, Likert. Ja, ob hier jetzt diese zwei hier... Ich nehme mal einfach diese beiden mit. Wir wollten ja werben am Satzende. Was man hat, das hat man. Dann haben wir Cäsar. Das ist erkennbar kein Nebensatz. Aber das ist der Quadsatz. Ihr seht, der ist ein bisschen länger. Deshalb mache ich den jetzt. Ein bisschen kleiner. Noch ein bisschen kleiner. Genau. Da ist kein Doch. Hier stehen, hier haben wir Appel WTIs. Eine Präposition. Und hinten haben wir Pulsum et Subjugumissum. Das ist eine schwierige Kiste. Ein Pulsum, also das Pulsum, erzählen, es markieren wir als Verb. Subjugumissum markieren wir als Verb. Dann haben wir in dem Quadsatz ein Verb. Und dann hier haben wir vorne wieder, geht es wieder weiter mit dem Concedendum Non Mutputabat. War das heute, ist das mit dem Computer so ein bisschen komisch. Das ist aber jetzt nicht schlimm. So. In der nächsten Zeile fängt offenbar kein Nebensatz an. Nequoruminis minimico animico. Dann haben wir kein Verb. Da gucken wir noch mal. Ne, da ist jetzt keins. Dann haben wir Data Fakultate. Per Provincium. Per Provincium. Itineris Faciundi. Faciundi ist auf jeden Fall eine Verbform. Dann haben wir kein Nebensatz. Temperatur hoch ist ab in Iuria. Ihr seht hinter dem, auch das ist eine schöne Stelle, ab in Iuria und dann sofort et maleficio. Das heißt, die Präposition geht, weil der Verbinder et hinter dem Applativ steht, geht noch weiter. Und dann haben wir Existimabat, wieder das Verb. So, dann kommt ein neuer Satz. Kein Nebensatz. Tamen, Komma und kein Verb. Ut. Ein Nebensatz, also muss hinten ein Verb stehen. Ja, ich gucke immer dann bis zum nächsten Komma. Da ist das Verb. Ihr seht, dumm, achso, ich habe den Nebensatz nicht eingerückt. Ihr seht hier, Utzpatium, Nebensatz mit Verb. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir, jetzt kommt wieder eine schöne Stelle, dumm, Nebensatz mit Verb. Ohne Verb. Dumm, Militis. Und jetzt kommt ein Quos. Das ist, weil wir drüber sind, in einem Nebensatz mit, ohne Verb, ist das nochmal ein Nebensatz, der eingeschoben ist. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der hat aber eins. Und jetzt wird der obige Nebensatz fortgesetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und, ah, das ist jetzt, glaube ich, einer zu viel. Das ist ja jetzt egal. Hier hatten wir das Verb. Und dann haben wir Dumilitis, konvenierend. Das Verb. Und dann geht es weiter mit dem Hauptsatz. Legatis, responio, dudel, dudel, dudel. Da gucken wir hinten. Oh, da haben wir eine wunderschöne Präposition. Ad liberandum, sumpturum, sumpturus, sumpturus. Urus kennen wir als Verbform. Partizip von Tur. Turus. Ja, gut. Ich wollte nur hinten gucken, ja. Und dann haben wir einen Nebensatz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mit einem Verb. Und dann haben wir ad, id, apr, mit einer Präposition. Kein Nebensatz eingerückt. Also kein Nebensatz ausgerückt. So, jetzt kommt natürlich, natürlich habe ich ganz viel noch ausgelassen, was man machen könnte. Ich wollte allerdings jetzt nicht den ganzen Text bunt machen, alles einrücken. Sondern ich wollte eigentlich, wenn ich jetzt mal Ansicht, 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 Maßstab. Wir machen mal 75%. Geht das? Yeah. Das wollte ich eigentlich euch zeigen. Ihr seht, was wir aus dem, was wir aus diesem, aus diesem abschreckenden Block hier oben gemacht haben. Vielleicht noch ein bisschen kleiner. 50%. Ja. Sieht man das noch eindrucksvoller. Ja, so sieht das am Anfang aus. Es geht nur um die Optik. Und wenn ihr jetzt euch das anguckt, dann denke ich mir, stecken in dem Text jetzt natürlich all die Informationen drin, die wir da reingesteckt haben. Nämlich eine kolometrische Schaltpreise. Die werden am Ende markiert, Nebensätze eingerückt und die Präpositionen als Block markiert. Niemand wird bestreiten, dass wir man, natürlich muss man das immer noch übersetzen, aber man kann sich schön von Zeile zu Zeile hangeln. Und man sieht durch die Einrückung, zum Beispiel hier, qui errat, wenn man sagt, ich mache zuerst die Hauptsätze und arbeite mich innerhalb der Hauptsätze von Verb zu Verb. Das sind Übersetzungstechniken. Da komme ich vielleicht auch nochmal zu, da sagt er mal ein paar Sätze zu. Dann hat man natürlich sehr viel bessere Karten, als wenn man, auch das wurde früher unterrichtet, bei solch einem Satz am Anfang, die sogenannte Steinbruchmethode, mit dem ersten Wort anfängt, dem Cäsar. Und dann KUM, als dieses berichtet war, diese durch die Provinz unserer den Weg zu machen, zu versuchen und grauenvoll, ist tatsächlich mal so unterrichtet worden. Hat natürlich mit dem wissenschaftlichen Übersetzen überhaupt nichts mehr zu tun. Hatte schon damals nichts mit Wissenschaftlichkeit zu tun, sondern mit Kinderquellerei. Okay, ja, ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen näher bringen. Ich mache das in dem nächsten oder übernächsten Kapitel nochmal. Ich denke mir, da kann man gar nicht genügend Beispiele sich von reinziehen. Wie gesagt, es geht nochmal, jetzt habe ich auch gesagt, keinesfalls muss man es übersetzen. Da findet man, wer jetzt eine wunderschöne Übersetzung braucht, die wissenschaftlich auch haltbar ist, der geht auf die Seite Gottwein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen, sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.